Der anspruchsvolle Kunde und die motivierten Mitarbeitenden stehen für die im Jahre 1960 gegründete Dr. Deuring und Oeninger AG im Mittelpunkt. Ideale Arbeitsplätze und modernste Werkzeuge ermöglichen in der nahezu Wintertura Altstadt gelegenen Villa Palmengarten optimale Arbeitsbedingungen. Durch intensive Auseinandersetzung mit den Kundenbedürfnissen, hohen persönlichem Einsatz und systematisches Vorgehen werden Projekte im Hoch- und Brückenbau erarbeitet. Diese sollen den Auftraggebern optimal und langfristig nutzen, ihre Ressourcen schonen und zeitgerecht bereit sein. Mit der Umwelt sowie den Anliegen der Gesellschaft wird verantwortungsbewusst umgegangen. Die Dr. Deuring und Oeninger AG bearbeitet als Spezialist Tragwerke inklusive Baugruben und nimmt auch, wie am Flughafen Zürich, Gesamtleitungen wahr. Das Parkhaus P6 wird durch einen ersten Anbau über alle zwölf Geschosse in nur 20 Monaten um 1700 Parkplätze erweitert. Mit der nächsten Etappe resultieren letztlich 7200 Parkplätze auf einer Grundrissfläche von 210 mal 80 Meter. Hochwertige und wirtschaftliche Lösungen erfordern eine intensive Auseinandersetzung in der Planung, hier mit entsprechenden dynamischen Erdbebenanalysen und die interdisziplinäre Optimierung im Planungsteam. Die Flughafen Zürich AG legt großen Wert auf die Werterhaltung der Gebäude und die hohe Nutzungsqualität. Die bestehenden Parkhäuser werden durch die Dr. Deuring und Oeninger AG vertieft, untersucht und schrittweise erneuert. Mit Freude und Engagement tragen die Mitarbeitenden der Dr. Deuring und Oeninger AG täglich dazu bei, die Bedürfnisse der Kunden bestmöglich zu befriedigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017